Heimatschutz ist genau das, was Scharnhorst mal formuliert hat. Der Bürger ist der beste Verteidiger seines Landes und genau das ist das, was wir heute wieder brauchen, dass wir eine wehrhafte Demokratie bekommen mit Menschen, die bereit sind, etwas für ihr Land zu tun. Und genau das praktizieren wir gerade. Im Heimatschutzregiment 3, so wie in anderen anderen Regimentern auch, haben wir die Symbiose zwischen den Altgedienten im Bereich Heimatschutz aus den regionalen Sicherungs- und Unterstützungskompanien, die seit 2013 bestehen. Wir haben die Mein Jahr für Deutschland, die sieben Monate im Jahr ausgebildet werden und dann zu uns kommen und bei uns auch ausgebildet werden. Und dann haben wir die Ungedienten, die ihre Ausbildung ausschließlich dafür machen, um im Heimatschutz, im Wach- und Sicherungsdienst in Deutschland ihren Dienst zu tun. Alle drei führen wir zusammen und präsentieren wir das jetzt erstmals bei National Guardian. Und wenn ich ganz ehrlich sein darf, dann bin ich unendlich stolz, dass ich die Männer und Frauen anführen darf, denn die machen eine super Arbeit.